ich reise mal ganz kurz dorthin und dann nehmen wir uns mal ein flugzeug gekauft haben uns glaube ich noch gar keins wir haben immer noch welche bekommen rudel jäger das sieht auch geil aus krass wir nehmen mal den hier dogfighter da müssen wir von der seite rum wer wer das hier schon aufmerksam verfolgt weiß ich kann kein flugzeug fliegen cheeseburger geh mal bitte da aus dem weg sonst kommt cheeseburger cheeseburger okay aber ich gebe mein bestes und wir fliegen wo ist jetzt eigentlich den sein aber wir müssten gleich vorbei müssen gleich daran vorbeifliegen eigentlich ah ja direkt unter uns hier da ist den ihm sein bunker okay alles klar wo der sowieso noch das prepper versteckt zuerst machen so einmal schnell alles alles abgefeuert bevor ich da runter gehe Brücke am rattlesnake pfad Brücke am rattlesnake pfad so was steht denn hier Eli hat mich damit beauftragt einen weg zu finden der Außenwelt von uns zu erzählen die Sekte kontrolliert alle Kommunikationswege ganz zu schweigen von den Brücken die rein und raus führen unsere einzige Chance ist es raus zu fliegen bevor sie auch noch die Luftwege kontrollieren ich habe meine Ausrüstung bei mir ich werde heute im Schütze der Nacht aufbrechen wünsch mir Glück Kyle oh und wir müssen jetzt da hoch schätze ich Scheiß stinkt dir ey hehehehe so hoch damit also mit uns hoch mit uns meine ich alles klar wir hätten glaube ich auch einfach hier lang gehen können oder oder nicht hä wir müssen irgendwie da rauf aber hier gehen wir doch nur runter ah Gott wie gesagt ich bin blind und blöd aber nicht blond hehehe ja ok manchmal kann man könnte man das ja auch meinen ah wir müssen glaube ich da rüber schwingen oder ah hier rüber perfekt oh hier ist ein Flugzeug mal abgestürzt ähm ja wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite hier oder Cheeseburger schubs nicht komm mal wieder hier rüber bitte danke ich versuche mal zu springen jo hat geklappt so dann folgen wir mal den Weg und plättern hier rauf oh die sind schon wieder im Gefecht oder wie sieht's aus hier also so hört sich's auf jeden Fall an so so kletterhaken einmal Anlauf nehmen und loslassen ne manchmal muss man auch einfach loslassen können ich sag's euch immer wieder das hat sonst keinen Sinn wir müssen einfach nur C drücken was war das denn was war das denn haha so das wird ein das wird ein krasser Sprung wir nehmen mal Anlauf oh 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 ich ich höre Helikopter ich höre Helikopter sehen die mich denn ok ok da brauche ich erstmal einen Schlüssel der hatte grad keinen was der stirbt nicht mit dem Messer im Rücken was der stirbt nicht mit dem Messer im Rücken finde den Schlüssel zur Kiste ah schaffen wir das? nein! komm haltet still hehehehe sehr schön was habt ihr da oben gefunden? nichts ah der besagte Schlüssel ok ok alles voll und haufenweise Kohle Mayday abgeschlossen wo geht's denn hier lang? hier ist so ein schöner Pfad haha nice nice ich guck mir das alles mal ein bisschen an was? Der Wolf hat Cheeseburger erledigt. Ups. Sieht auf jeden Fall sehr idyllisch hier oben aus. Wo kommen wir denn da hin? Hier sieht es nach einem Lager aus, oder? Ja, tatsächlich. Okay, weiter kommt man hier nicht. Aber hier ist ein schöner Ort für Basejumping. Oh, sieht das wunderschön aus hier oben. Was ist denn das hier genau vor uns? Da waren wir noch gar nicht, oder? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Was? Okay. Dann packen wir mal... Oh nee, wir gehen da rüber. Da haben wir noch ein bisschen kürzeren Flugweg. Nein! Oh! 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 Normalerweise Ich dachte jetzt Wenn ich Shift drücke Sprinte, öffnet sich der Wingsuit auch gleichzeitig Tut er aber nicht Ich muss erstmal Sprinten loslassen Und dann wieder drücken, damit er sich öffnet Okay Wo war das jetzt, was wir gesehen haben Direkt hier voraus Och schade, dass wir jetzt da oben nicht mehr hinkommen Aber wir können ja hier Hier drüber abspringen, fällt mir gerade ein So Dann müssen wir so eigentlich locker hinkommen Ich frage mich, was das ist Grand View Hotel Okay Okay Aber sind hier auch Aber sind hier auch Gegner Außer jetzt Die hier Ups Oh, schon wieder Explosionen Hey Wer hätte was anderes gedacht Okay Der Bär ist weg Oh, da ist tatsächlich noch einer Ciao Oh Oh, ich glaub Only you You belong here Weak Wie kommen wir hier nach oben So Was haben wir hier oben Ja, toll Halt mal still Oh Oh, da kommt zum Glück noch ein anderer Bär Hey Bringt mir das irgendwas Das hier jetzt einzuschlagen Ich zweifle ja irgendwie dran Aber ich hab hier Ich hab hier noch irgendwas gesehen Was wir aufsammeln können Cull the head You are meat Meat Sacrifice Meat, meat, sacrifice Die neue Hit-Single Kommen wir hier auch raus Ja Ja, da unten seh ich noch irgendwas Jetzt Jetzt seh ich's hier wieder Hier seh ich noch was liegen Okay, das waren wieder die Köder Zur Aufstellung Liste der Durchgefallenen Aber mehr gibt's hier auch nicht, oder? Ein Schlüssel Wäschereischlüssel Ein Wäschereischlüssel, aber für was? Für welche Missionen? Das hier sieht aus wie eine Küche Weniger nach Wäscherei Employees only Da können wir nicht rein Hier ist also Wäscherei Oh, ganz viel panzerbrechende Munition Was war hier gelegen? Achso Ahja, das war das Gut, dann haben wir das jetzt hier auch durch Obwohl wir eigentlich Gar nicht mal hätten hier hingehen müssen Ja Ja Dann Dann ist es wohl soweit Jakobs Waffenlager Dann starten wir jetzt wohl die letzte Mission Wir haben hier leider keine Bewaffnung dran Da unten sehe ich eine Höhle, oder? Was ist das? Oder sieht es nur so aus? Aber das sieht schon mega geil aus Das Spiel Muss ich schon mal sagen So, wir springen ab Was ist das da hinten? Ich lasse mich schon wieder ablenken Ich weiß Ich bin gerade nur neugierig Das liegt in meiner Natur Ist das vielleicht ein Hintereingang? Ist das vielleicht der Hintereingang zu der Base? Ich glaube wir werden es bald erfahren Leider kommen wir hier hinten Leider kommen wir hier nicht rein Na gut Dann starten wir jetzt in die letzte Mission Des Spiels Die letzte Story Mission besser gesagt Letzte Story Mission des Spiels